Wir waren zuletzt auf der Spanien-Map und es geht weiter auf die Mississippi-Map. Jawohl, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier direkt das Intro. Mega gut. Ich bin sehr gespannt, was hier geht. Oh, komm mal hier, da leuchtet schon was. Ah, mein Hund ist es. Die Felder, da hat es Klick gemacht, da hatte ich Bock drauf. Die Felder auf der Spanien-Map und zack, die Felder hier. Das ist einfach das, was die Map so ein bisschen vereint. Und ich fand es ziemlich cool, einfach hier über die Felder zu gehen und dort eben die Füchse zu jagen, die Schweine zu jagen. Und das haben wir eben hier auch auf der Map. Und deswegen gucken wir einfach mal, was es hier so gibt. Und dazu gibt es auch noch gerade die wöchentliche Aufgabe, Krokodile zu jagen. Also, rein hier in die Mississippi-Map. Und wir brauchen natürlich erstmal wieder eine Base. Und was man noch so alles braucht. Ich hab, glaub ich, alles. Also, ich hab, glaub ich, alles an Waffen dabei. Alles, was man benötigt. Wir gucken erstmal drauf auf die Map. Und wir haben da, da wo es so hell leuchtet, da haben wir dann eine Base. Das heißt, das markieren wir schon mal direkt. Und es ist in die Richtung. Das ist okay, gut. Es ist okay. Wir haben den Wind aus der Richtung kommt, in die Richtung pusten. Das sehen wir ja unten an dem Zeichen. Das heißt, wir laufen jetzt in die Richtung. Sollten uns allerdings auch ein bisschen drauf gefasst machen, dass wir vielleicht ein bisschen eher schon erkannt werden, wenn wir hier, ja, ich sag mal, so ein bisschen in diese Richtung laufen. Weil der Mief, unser Mief geht halt schon grob in die Richtung. Was haben wir denn hier als erstes? Waschbären, maybe? Ja! Waschbären, Alten, voll gut! Waschbären hier auf der Map, Schweine auf der Map, Alligatoren auf der Map, die Krokodile. Ja, das ist schon gut. Hirsche gibt es auch hier. Und wie gesagt, die Razorback-Schweine. Auch richtig nice. Ich laufe erstmal grob in die Richtung. Und ja, wir machen natürlich erstmal hier Deo drauf. Die gerade noch genannten Razorbacks. Stufe 4. Direkt ab in die Knie, langsam vorwärts. Wahrscheinlich sind die schon aufgescheucht, laufen schon wahrscheinlich erstmal weg. Ich habe, glaube ich, noch alles dabei. Die Kulmen, die gibt es ja seit dieser Map, gibt es eben auch die Waffe. Richtig praktisch. Klasse 1 bis 2. Super praktisch. Das ist natürlich auch sehr gut dann für die Waschbären. Dann übe ich immer noch hier schön fleißig mit der Pistole und dem Kaliber 2, 4, 3. Ja, um damit eben Pistolenpunkte zu machen, damit ich dann später mit der Moradi richtig gute oder die bessere Munition verwenden kann. Deswegen muss ich eben hier mit ein bisschen üben. Heißt also, entweder jetzt gleich Schweine jagen mit der Kumo oder, oder. Mal gucken, was so geht. Und, ja, der Rest ist halt Notfall, ne? Das brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Aber, oh mein Gott, direkt hinter mir. Ich werde hier weich. Klasse 4. Ist ja der Hammer. Schleicht einfach an mir vorbei. Ist ja der Hammer. Hammer. Das ist ja krass. Das ist ja witzig. Schön outplayed, Alben. Hammer. Oh, der war aber auch gut getroffen, ey. Ich meine, der Ballermann, das ist halt das Schöne. Die Moradi, die haut aber auch was raus, ne? Rabams. Schwarz. Männlich. Silberwertung. Ab in die Lunge. Und das natürlich dann hier mit der Riesenaufpilzung. Es hätte aber auch, anstatt Aufpilzung, also mit mehr Durchschlagskraft, hätte es auch das Herz getroffen. Exakt in einer Linie hier. Ja, exakt in einer Linie. Mit dem Herz. Also, wäre auf jeden Fall umgekippt. Egal wie. Zack. Rein da. So war der Schuss. Ja, das passt doch. Das passt doch. Schönes Ding. Schwarze Färbung ist, soweit ich weiß, normal für die, ne? Ich guck grad nochmal eben nach. Also, die normalen Wildschweine gibt's hier. Es gibt gar nicht die Razorbacks hier. Kann das sein? Sieht so aus, tatsächlich. Also, die normalen Wildschweine hier auf der Mississippi Map. Pink als besondere Farbe. Und albinistisch, aber schwarz, schwarz, einfach gewöhnlich, schwarz-gold, schwarz, äh, mit schwarzen Flecken, schwarz-dunkelbraun, braun-hybrid, also ganz normale Färbung. Ja, nehmen wir aber so mit. Alles tutti, richtig schön getroffen. Tipptopp. Und es geht weiter jetzt in die Richtung. Waschbär, Brunftschrei. Der erste. Da vorne in 300 Meter Entfernung ist schon die Base. Und hier, die Wachtel und ein Waschbär. Jetzt haben wir es natürlich hier gerade ein bisschen tricky. Ich könnte den locker hinstellen und dann mich nach dahin verziehen, ins Gebüsch. Es ist aber ein bisschen tricky, tatsächlich, wegen dem Wind einfach gerade. Sehr unpraktisch gerade, der Wind. Der steht gerade tatsächlich nicht gut. Tja, oder ich stelle ihn so hin und lege mich hier flach in der Rinne. Aber dann sieht man halt nicht viel, ne? Aber ich denke, das wäre halt am ehesten was. Wir probieren das mal. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Den Hund lassen wir mal hier sitzen. Und ich versuche mal ein bisschen zu locken aus dieser Richtung jetzt hier. Und dann so hier in Richtung vom Waldrand. Es wird langsam dunkel. Ich habe nicht mehr so ganz viel Zeit. Ganz im Dunkeln wollte ich jetzt hier nicht rumrennen. Aber vielleicht kriegen wir ja doch noch einen Waschbären hier. Den ersten Waschbären schon angelockt. Ich glaube, das wäre doch gar nicht so schlecht hier. Wir platzieren das mal so. Gehen hier drauf. Riesenauswahl. Weißwedelhirsch. Schwarzbär. Der Trutangraufuchs. Hatte ich auch schon gerade gehört. Die Wildschweine. Die Krickenten auch. Okay. Waschbär und Mississippi Alligator kann ich auch anlocken. What? Hört sich an wie so ein 80er Jahre Spielekonsolen-Game. Okay. Und jetzt machen wir hier mal den Waschbär an. Der lasert ein bisschen mehr ab. Und dann geht es hier schön in die Richtung zurück. Perfekt. Der kann man hier schön abglucken. Und jetzt gehe ich, wie gesagt, in die Richtung zurück. In Richtung des Miefs. Er kommt ja von links. Dann legen wir uns hier so ein bisschen in die Rinne flach rein. Ich hoffe, das passt. Waschbär war, glaube ich, Klasse 1 oder 2. Ich muss mir das nochmal gleich angucken. eine Reihe rüber. Entfernung bis hierhin. Bis zum Baum. 20 Meter nur. Bis zum Gerät. 25. Okay. Jawohl. Lock mal schön. Und ich lege mich schon mal hin. So. Ich bin gespannt. Da ist der Locker. Auf 30 Meter entfernt. Vielleicht kommt da hier was vorbei. Und ich glaube, auf die Range hier brauche ich kein Scope. Oh mein Gott. Close. Direkt vor mir. Warnruf. Der kam einfach von hinten. Das ist ja der Hammer. Wie ist er denn? Einfach nicht zu sehen. In dem Gestrüpp hier. Wahrscheinlich haut er gleich ab. Auf der Flucht. Ja, schade. Das war aber auch tricky. Sehe ich ihn noch weiter hinten? Da. Da hinten war er. Da. 70 Meter. Jetzt haut er ab. Und ich habe immer noch nicht den Skill, dass ich mit dem Scope nachverfolgen kann. Wow. Okay, jetzt wird es aber auch echt dunkel hier. Ähm, schade. Ja, nice try. Das müssen wir noch mal anders probieren. Es ist ein Zweier. Das ist aber schon mal wieder gut zu wissen. Das heißt, ich kann auch durchaus hier diese Pistole verwenden. Kaliber 243 mit dem Gewehr. Wir entern jetzt erstmal die Base und schlafen eine Runde und dann geht es noch mal los. Oh, und direkt der Nächste. Direkt der Nächste, der hier meckert. Gar nicht weit weg. Der war wahrscheinlich auch schon angelockt. Und in dem Moment, wo ich jetzt hier loslaufe, meckern sie alle. Weibchen. Vielleicht hier vorne auch noch ein Männchen. Das ist natürlich ein Ding. Da brunft ich jetzt hier die ganze Zeit rum. und auf einmal hört es auf und ich verschrecke die hier alle. Erschreckendes Geräusch. Fieses Geräusch. Oh Mann. Und das erste Kroko ist auch schon hier. Hör doch mal auf, ey. Was geht denn hier ab in der Nacht? Von einem fiesen Geräusch zum nächsten. Also, Mississippi. Here we go, Alter. Es läuft ja schon richtig gut. Zwar noch nichts geschossen, aber mich faucht ja hier alles biestig an. Hammerhart. Ich geh gleich erstmal... Oh, da hinten. Erstmal gleich in die Base. Zack, sechs schwer. Das nehmen wir doch mit, oder? Komm ich da rein? 200 Meter. Natürlich ein ganz schlechter Winkel hier, ne? Ich könnte auf gut Glück versuchen, jetzt hier in die Seite reinzukommen. Sechser schwer. Habe ich einen passenden Ballermann dabei? Nicht so richtig. Nicht so richtig. Ja, das müssen wir uns gleich noch ein bisschen ausrüsten. Das eine Gewehr, was ich jetzt zuletzt genommen habe, war ja ein Siebener. Und das passt dann natürlich nicht so ganz hier rein. Oh Mann. Ja, da muss ich aufpassen. Also, wir entern hier erstmal die Base. Ich chill jetzt hier eine Runde in der Base. Und dann stellen wir mal hier schön auf Morgenstunden. Und dann geht es los hier. Wow, 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 wow. Ja, da sind wir doch. Gucke mal. Also, gut gepennt, ausgeschlafen. Es ist ungefähr 5 Uhr morgens. Und ich habe die ersten Schritte hier in Richtung Mississippi gemacht. und suche natürlich die Krokus. Denn wir haben ja die wöchentliche Aufgabe, Krokus zu schießen. Und das machen wir. Guck mal hier. Auf 250 Meter. Ich gehe nochmal ein bisschen ran, so auf 200. 150 maybe. Und dann versuchen wir ihn mal mit dem neuen Ballermann Obst zu nehmen. Oh, Baby. Direkt der Nächste hier. Soll ich den locker mal aufstellen. Komm, wir probieren das auch mal mit dem Lockgerät. Also, Lockgerät hingestellt. Zack. Mississippi Alligator. Er quietscht jetzt hier so ein bisschen rum. Ich gehe direkt noch ein paar Schritte nach hinten. Und in der Zwischenzeit gucken wir uns mal den neuen Ballermann an. Kaliber 50, Alten. Wow. Kaliber 50, Vorderlader. Richtig, richtig dreckiger Sound. Und das Teil macht ja mal mega Bock. Was geht denn ab? So, jetzt muss ich ein bisschen hier. Ich gehe mal hier vorne in den Busch. Ein bisschen verdecken. Ein bisschen Abstand halten. Sehr gut. So, komm, Hund. Bei Fuß. Komm ran. Dann bin ich jetzt hier schon mal in Deckung. Passt da. Von der Deckung werde ich hier getarnt. Boah. Einigermaßen gut getarnt. Sehr gut. Wir lassen das mal hier weiter rumunken. Das Gerät. Vielleicht kommt ja hier einer, der gerade noch einen Warnruf gemacht hat. Vielleicht kommt ja hier einer an. Ansonsten gehen wir da hinten. Da war ja auch noch einer auf 250 Meter Entfernung. Also. Ausgerüstet. Frisch. Nach der Ankunft. Direkt erstmal nochmal geguckt im Shop. Welche Munition wäre denn noch passend? Was würde denn funktionieren? Munition durchgegangen. Und da habe ich gedacht. Alter. Komm mal hier. Zwei Munitionsarten mit übelsten Werten. 200 Meter effektive Schussweite. Aufpilzung. 20 und 42er Durchschlag. Und das Ding steckt hier gerade drauf. Auf der Kurman Kaliber 50 in line. Ja. Kleiner. Nachteil oder kleiner Nanunana-Effekt. Oh, die Enten, Alter. Die Krieg-Enten. Äh. Nanunana-Effekt war. Mein Gott. Irgendwo kommt ein Alligator. Sonst würde der Hund nicht brüllen. Gleich kommt einer von Land außen und ich sehe es nicht. Und er beißt mir in den Arsch. Ruhig bleiben. Schritte, Schritte. Close. Da vorne. Ja. Da vorne. Kommt hier vorsichtig an. Sechser schwer. Gewehr rausholen. Hinstellen. Ist das ein Krach, Alter. Und jetzt kommt das ganze Zinnober. Nachfüllen. Munition drauf. 18,75 vor der Lader. Schön wieder reinstopfen. Jawoll. Gib ihm. Und dann hinten noch so ein Zündplättchen drauflegen. So. Und dann gib ihm. Alter. Da überlegst du dir aber dreimal, ob er schießt oder nicht, ne? Der muss treffen. Und der hat getroffen. Leck. Oh, funny, Alter. Was für ein Kaffensmann. Was für ein Ballermann. Was für ein Ballermann. Und er da hinten. Auf 200 Meter. Ihm ist das komplett wurscht. Den nehmen wir auch gleich mit. Erstmal packen wir das hier ein. Wieck. Den quietschemann. Ist das ein krasser Ballermann, ne? Und ich könnte ihn halt auch so hier so schön Nose-Go. Bam. Verwenden. Wäre eine Möglichkeit. Aber. Muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, ne? Ein Schuss. Danach war es das. Jetzt hängt der da fest. Und jetzt muss ich da rein. wo die Krokos sind. Hey, Alter. Die beißen mir doch gleich den Arsch. Hör mal auf, ey. Komm ich da überhaupt dran? Ich komm da gar nicht ran. Ne, hier nicht. Komm ich da vorne dran? Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Oh, Alter. Der Anschuss hier, ey. Übel. Hier rüber vielleicht. Na, ist es hier flach genug, wo das Grünzeug ist? Ich würde doch im Leben nicht hier rein marschieren, ne? Wer ist denn so Kirre? Alter. So. Trophäe bestätigen. Goldwertung. Sehr schön. Olivfarben ist halt Standard, ne? Olivfarbenes Kroko. Richtig schön. Richtig riesen Maul, Alter. Richtiger Büffel hier, ey. Hammer. Sehr schön. Goldwertung. Perfekt. 492. Diamant. Und wie getroffen? So. So. Einfach komplett von der Seite. Beide Lungen durch. Ja. Das ist einfach, das ist einfach der Ballermann, ne? Der haut da einfach übelst durch. Zack. Mitgenommen. Und dann schnell wieder zurück. Und jetzt gehe ich schon mal in Richtung von dem anderen. Langsam wieder anpirschen. Auf der anderen Uferseite. So. Hund bei Fuß. Wir müssen weiter. Und haben da hinten noch einen. Als Ziel. Na, wo ist er hin? Vielleicht ist er, ne? Da ist er noch. Effektive Schuss. Weite. Oder, ja. Am Effektiv sind auch, oder effektiv immer noch bis 200 Meter. Und wir können nullen auf 150 maximal. Finde ich ein bisschen schade. Hätte ich ja gerne irgendwie auch als 300er Gewehr verwendet. Aber ist halt nicht, ne? Schön auf 300 Meter. Zwischendrüber aimen. Müsste doch gehen eigentlich, ey. Oder ich muss das mal testen. Ich glaube, ich werde das mal am Schießstand testen. Den Ballermann. Wie sich das verhält, wenn man damit dann schießt. Mit dem Scope. Und welches von diesen Pünktchen im Scope von den unteren. Wie weit man halt drüber aimen muss. Um dann vielleicht trotzdem noch auf 300 Meter effektiv reinzuballern damit. Würde mich ja schon interessieren. So. Jetzt erstmal das nächste Ziel. Da hinten ist es. Und ich sehe gerade. Ah, ne. Das ist hier diese kleine Landzunge. Da hinten ist er. Auf Entfernung, ja. 145. Wir könnten schon fast reingehen. Also, ich stehe jetzt hier, ne? Und weißt du was? Ich gehe auch hier rein. Guck mal. 145. Ich gehe einfach glatt noch ein paar Schritte zurück. Glatt auf 150. Und dann drücke ich ihm einfach hier vorne an der Seite rein. Hier ist das Bein so ein bisschen. So ein bisschen hinterm Bein. Ab in die Lunge. Müsste doch gehen. Zwischen dem Vorderbein und dem Hinterbein. Ziemlich genau in der Mitte. Bisschen weiter mehr zum Kopf. Trifft man immer noch richtig gut die Lunge. Hatten wir beim letzten Mal angeguckt. Müsste also auch hier jetzt funktionieren. 150. Ich null jetzt direkt. Zack. Guck mal, wir sind nah dran. Ist das ein dreckiger Sound, Alter. Bram. Hammerhart. Hammer, hammerhart, Alter. Aber das Teil in voller Action, wenn nicht drei Wölfe angehen, besser nicht. So. Schön nachgestopft. Zünd Plättchen drauf. Ja. Jawohl. Und ready. Nächster Schuss. Oh. Oha. Nicht getroffen, oder was? Noch nicht umgefallen. Ich lauf schon mal hin. Noch nicht umgefallen. Zack. Direkt den nächsten entdeckt hier. Direkt den nächsten. Bei solchen Entfernungen ist natürlich auch immer die Chance, dass man irgendwo noch in den Ast, in den Baum oder was auch immer was reinballert. Irgendwas, was vielleicht gerade nicht gerendert wurde, nicht zu sehen war. Das wäre natürlich schade. Aber, ja, ich habe ihn nicht getroffen. Vielleicht war es auch zu tief. Möglicherweise zu tief. Das heißt, ich laufe einfach weiter und wir gehen mal zum nächsten. Und auch hier kommen wir wieder an, auf 150 Meter. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, sehe ich es, glaube ich, gerade. Wir haben hier unten nämlich noch eine Erdkante. Und ich glaube, hier mit dem Scope komme ich näher ran. Wir haben hier unten noch so eine kleine Erdkante. Und dahinter, ich sehe vermutlich nur den Rücken dahinter. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Hatte ich doch gerade gesehen. Da ist er. Guck mal, wahrscheinlich sehe ich nur oben so ein ganz, wo jetzt die Links-Rechts-Linie ist, so ein ganz kleines Stückchen. Und das kleine Stückchen, wenn ich jetzt natürlich hier unten auf der Linie auf die Lunge schieße, schieße ich natürlich genau in die Erde rein. Wahrscheinlich liegt er flach mit dem Bauch so in so einer kleinen Mulde, dass ich den gar nicht kriegen kann. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen der Nachteil bei diesen Markierungen, bei den Umrandungen. Aber, was wir jetzt machen können, ab jetzt jogge ich wieder ganz entspannt. Ich robbe jetzt so ein bisschen näher ran. Stelle gleich den Caller auf. Und zwar ein bisschen weiter vom Ufer entfernt. Vielleicht kommt der von da drüben rüber geschwommen. Kommt hier wieder raus. Kommt dann hier zum Caller und denkt sich, na nur allen, bam, von der Seite, Schluss rein. Hm, klingt doch noch ein Plan, oder? Hier sind die Büsche. Kann ich mir schön reinhocken. Da vorne kommt der Caller hin. Alter, perfekt, ey. So, du platzt da mal hinten, schön hinter mir. Hier gehe ich gleich rein. Und der Caller kommt da vorne hin. Und der war hier in Ufernähe, ungefähr 100 Meter entfernt. So, richten wir mal aus, so in die Richtung. Tüdelüalgen. So. Passt schon. Jetzt wird gecallert. Oh, warte, ja, können wir auch nochmal machen. Zwischen Deo drauf. Und dann. Ja, der Mief ist schon, der dreht schon gut. Oh, jetzt geht's ab, Alter. Ah, übrigens. Wöchentliche. Es fängt an. Es fängt an. Belohnung abholen, jawohl. Sehr schön. Und was haben wir hier noch? Auch nochmal Belohnung. War das jetzt gezählt oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber das erste Kroko, das ist doch schon mal gut. Jawohl, da sind die Bonus Points. Gerade für den Anfänger natürlich super wichtig. Da kommen die nächsten rein. Tipptopp. So. Jetzt geht's hier schön in Deckung. Und wenn er hier rauskommt, muss ich schon bald reagieren. Also wenn hier was rauskommt, direkt reagieren. Denn ab hier ist schon der Mief. Gucken wir mal, ob da was kommt. Mein Gott. Close. Aber mitten im Mief. Auf der Flucht. Okay. Ich hab nochmal ein bisschen Planänderungen gehabt. Ich hab mir gedacht, komm, warum stellst dich denn mitten im Mief? Stell den Cola doch nach da. Und wenn dann von da was kommt, stehst du halt nicht im Mief. Aber die Krokos sind so rumgelaufen und doch wieder in mein Mief rein. Das ist schlecht. Da haut er ab. Da haut er ab. Und gibt richtig Gummi. Ja, chill mal, Alter. Chill, chill, chill. Wer abhaut und dann schön ins Landesinnere. Krass. Wie weit die flüchten, ne? Hammer, der rennt hier richtig schön weit rein. Imagine, du gehst einfach durch den Wald. Bist du auf Rehalden. Und auf einmal frisst dir einfach so ein Krokodernbein ab. Oder sowas. Ja. Passiert. Bäh, 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 bäh. Bäh, 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 bäh. So, ich bin erstmal wieder ein bisschen weiter marschiert. Und wir gucken jetzt nochmal in einer etwas anderen Area. Da hinten war es sehr verzwickt. Oh, guck mal, den hatten wir doch vorhin schon. Da hinten war es ein bisschen verzwickt, weil... Ja. Der Wind und so Sachen. Der Wind, der Wind, der dreht geschwind. Und dann stehst du da auf einmal und denkst dir, ja geil. Wow, 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 wow. Alles geht hier komplett immer in mein Mief, Alden. So, 150 Meter. Wir versuchen es nochmal auf 150 Meter bei diesem Alligator, Alden. Wischen mehr von der Seite, maybe. 160. 155. Stopp. So, Alter, wenn ich den jetzt nicht treffe, Alden. So, 150 genullt. Vorderlader ist ready. Hier sehe ich schon wieder nichts. Nochmal schnell markieren. Ich hoffe, ich habe bald den Skillpunkt, ne? Und? Bomb! Und der Rauch dazu. Hahaha. Was ein Monster. Ballermann. Zack, zack. So, Spektakel beendet. Und wie sieht es aus? Nee, nee. Schon wieder nicht? Sag mal, das stimmt doch. Das Gleis... Doch! Getroffen. Aber schlecht getroffen. Schlecht getroffen. Zweimal darf man... Zweimal darf man schießen. Ich glaube, das liegt einfach am Wasser, oder? Guck mal, der ist hinten im Wald. Da. Fünfermittel. Schnell nachladen. Das ist ja ein Ding. Okay, der hat auf jeden Fall gerade Leben verloren. Das ist schon mal soweit gut. Liegt das möglicherweise an der Munition? Komme ich mit der schlecht ins Wasser? Ist das jetzt nicht die ultimative Crocodile Dandy-Muni-Alten? Alter, der Prozess des Nachladens, Alten. Voll gut. Und er ist immer noch nicht umgekippt. Und das ist voll schlecht. Und auch schade, Alten. Guck mal hier. Da ist er. Guck mal. Guck mal, der kommt hier an. Er ist aggro, der kommt hier wirklich an. 50 Meter, 50 Prozent live. Guck mal. Und jetzt haut er ab, oder was? So, da hinten ist der andere Kandidat, ne? Auf 130 Meter jetzt. Auch das werde ich jetzt nochmal versuchen. Er geht langsam an Land. Ganz klar. Und chillt da jetzt. Das heißt, ich gehe jetzt auf 100 Meter und aim ein bisschen drüber. Und das sollte doch sitzen, Mann. Hör doch mal auf, ey. Das muss doch sitzen bei dem Ballermann hier. Guck dir mal das Spektakel an. Was ich da für einen Abriss mache, damit das hier ungefähr so richtig reinballert, stinkt und raucht und auch richtig Krach macht. Dafür mache ich das ja. Für den Krach. Okay. Auch kein Fleck. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn dir aufgefallen ist, was hier nicht stimmt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Habe ich einen falschen Ballermann oder was? Schieße ich einfach ins Wasser und die Kraft der Muni trudelt einfach extrem und ins uneffektive und dann war es das? Hör mal, da stimmt doch was nicht. Müsste ich vielleicht doch einen anderen Ballermann nehmen? Der macht doch so viel schön Krach und Rauch und dann das ganze Zenober, Alter. Das ganze Spektakel, was du hier abfeiern musst. Nur damit es einmal schön kracht und stinkt. Wäre doch schade, wenn ein bisschen Also, das würde ich sagen, testen wir nochmal schön entspannt im nächsten Livestream. Da gehen wir nochmal ordentlich hier auf der Mississippi Map auf Alligator Alden. Da muss doch was gehen. Da muss doch was gehen. Ja, aber für den ersten Eindruck ganz nice. Ich bin finde das schon ziemlich geilen Ballermann. Also, ich würde damit auch rumrennen hier. alleine wegen dem BÄM. Ne? Und ja, vielleicht kriegen wir das ja hin, dass das eben hier auch richtig klappt auf der Mississippi Map. Also, so viel dazu. Wenn es dir trotzdem gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Das hilft mir und gefällt mir auch sehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder halt im Livestream. Dienstags, Donnerstags und Sonntags immer ab 19 Uhr geht der Livestream los und dann im Anschluss nach Russian Fishing 4 wird dann immer gejagt und Montags, Mittwochs und Freitags wird hier komplett geangelt. Ja, immer ab 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin Petri oder Weidmannsheil. Wiridmannsheil. bis dahin Bis dahin Bis dahin bis dahin Bis dahin Bis dahin